Was geht ab, Leute? Ich bin drüßend, und zwar äh, mein Bein, das hier, hier in der Beuge, ne? Ich hab äh und da, ähm das tut unnormal weh, weil, Leute, der Torwart von denen hat mich echt böse getroffen und dafür gab's Elfmeter der Marvin, er hat Erstversuch an Marvin geschossen der zählt aber nicht, weil das Spiel zu früh reingelaufen ist, der Gegner und dann, äh, zwei, drei Stunden haben wir verwandelt, das heißt Ronny, ich sag nur euch, ja? Dass ich nicht, eben, dass ich nicht aufnehmen kann, ja? Tschüss.